Nein! Also, ich bin auf meinem Roller gefahren. Sie ist auf mich zugerannt. Und dann ist sie voll in mich reingerannt. Und hat meinen Roller zerstört. Ich kapier's nicht. Ist das normalerweise nicht andersrum? Das steht doch alles da. Was ist bloß los mit Ihnen? Das frage ich Sie, denn das hier Geschriebene ergibt keinen Sinn. Zu Fuß? Dass sie ihren Roller zu Fuß eingeholt hat? Ergibt das Sinn für Sie? Was soll das? Hey! Das System in diesem Land funktioniert wirklich gut, hä? Was? Ist das die Person? Hast du mich wirklich angezeigt? Ich war gerade dabei. Und? Hast du eigentlich deinen Freund gefunden? Du hast gesagt, er wurde von Aliens entführt. Hey, Mom. Hey, Miss. Hey. Komm mit. Wohin? Du musst dafür bezahlen. Oder soll ich dich anzeigen? Du musst da leanst das wieder essen pour. Hey. Oh. Hey.